Ich bin extrem glücklich. Ich habe gemeint, ich schaffe es also nicht mehr. Und ich bin mir vor wie im falschen Film wirklich. Zuerst wollte ich mit dem Auto kommen, oder? Ich habe versucht, das Auto anzulassen. Das geht einfach nicht. Der Radio ist gegangen. Er ist so weiss. Aber das Auto nicht. Ja, aufstehen, oder? Smart. Zum Glück habe ich natürlich mein Ross. Ihr habt das ja sicher alle auch. Oder bin ich an den Bahnhof geritten. Ja, was man halt macht ohne Auto. Leider ist der Zug schon abgefallen. Ihr wisst ja, in den Ballen gibt es noch. Ich habe noch einen Spanisch Brötchen. Das sind nicht die modernen. Das sind nicht die gleiche, die ihr habt. Das sind die ... Ich bin auf dem Zug. Leider einfach im falschen Abteil. In der ersten Klasse. Ich musste schnell ein Abteil wechseln. Erste Klasse. Zweite Klasse. Jetzt bin ich im anderen Abteil. So klingt das. Okay. Okay. Und die in Bern blieb wieder zugesteckt. Ich dachte, das mache ich. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss den Helikopter nehmen. Und jetzt das Ganze noch von innen. Und dann habe ich es endlich geschafft über Fisch. Und habe das Ding gesehen. La Post. Irgendwie bin ich gelandet. Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank.